Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Heute wollen wir uns mit chemischen Bindungen beschäftigen, also mit der Frage, wie Atome untereinander gebunden sind und so zu Molekülen werden. Du weißt ja bereits, dass Moleküle aus mindestens zwei Atomen bestehen. Hier merkst du also schon, dass es in jedem Molekül Bindungen gibt. Nun sind natürlich nicht alle Bindungstypen gleich und daher werden wir uns heute mit den verschiedenen Arten von Bindungen beschäftigen. An einer chemischen Bindung zwischen zwei Atomen sind immer die Außenelektronen dieser Atome beteiligt. Dabei sind die Elektronen der Bindung nicht immer gleichermaßen auf beide Atome aufgeteilt. Damit du verstehen kannst, wieso das so ist, zeige ich dir als erstes die Elektronegativität von Atomen. Die Elektronegativität ist nämlich das Maß für das Bestreben eines Atoms, Bindungselektronen an sich zu ziehen. Die Elektronegativität kannst du... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. Das ist eine Logikselektronen. Diese Sendung wurde hier vom NDR live untertitelt. Von der NDR live untertitelt wegen der Berge auf die YP-Prässel. Das kann ich auch in jedem Beschreibungstext, In jedem Beschreibungstext, und ganz wichtig um die Leidenschaft.